Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird rigoros aussortiert. Ihr wisst es, wir sind gerade mitten im Umzug und vermutlich sind wir schon umgezogen, wenn ihr dieses Video seht. Ich probiere nämlich gerade so ein bisschen vorzudrehen. Ich sehe ein bisschen aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Berghain entsprungen. Bin ich nicht. Es ist Pfingstmontag, es ist 6.03 Uhr und wir sortieren aus. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass es euch ein bisschen besser geht. Ich möchte mit euch in den nächsten Videos, ein bisschen habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, aussortieren. Ich habe vier Alex-Regale von Ikea hier, die natürlich alle mitkommen. Aber ich möchte nicht alles Make-up mit ins neue Haus nehmen. Mein Studio ist zwar wesentlich größer als das hier, aber ich will einfach nicht so viele Produkte zu Hause haben, die ich eh nicht benutze. Und deswegen werden wir heute meine heiß geliebten, losen Puder aussortieren. Ihr wisst es, ich bin ein loses Puder-Girl, seitdem es lose Puder irgendwie gibt. Und ich habe echt viele hier. Ich bin ein bisschen überrascht. Die haben alle in eine Schublade gepasst. Und ich werde einfach so ein bisschen aussortieren und euch berichten, welche Puder sind wirklich gut, welche sind nicht so gut und was kann weg. Ich schaue durch. Ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben, wenn ihr irgendwas haben wollt, davon, von den Puder-Produkten, was ihr jetzt hier seht und ihr damit fein seid, dass die meisten schon benutzt sind, in Anführungszeichen. Dadurch, dass sie lose sind, habe ich natürlich selber nie in das Produkt gefasst, sondern habe es immer noch so ein bisschen ausgeschüttet. Also schreibt mir gerne bei Instagram. Und dann kann ich euch das ein oder andere Puder-Produkt schicken. Denn wir gehen einfach durch. Ich probiere euch so ein bisschen zu erklären, warum die Sachen wegkommen und warum sie bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Däumchen nach oben gebt. Ich sage euch ganz kurz, was ich im Gesicht habe, auf den Augen reicht. Hier die Essence Cool Nude Palette. Und auf den Lippen einen braunen Eyepencil von WeMakeup. Und den Liquid Lipstick darf ich euch nicht verraten. Der Gloss ist von Rival Lasmi, der Shine Bomb, in der Farbe Toffee, glaube ich. Der ist so ein bisschen gräulich. Finde ich eigentlich ganz nice. Okay, wow. Wir haben hier das Erste, was auch direkt weg kann. Das ist von Revolution, das Banana Powder. Das war 2017, 18, 19 ungefähr total im Trend, diese Banana Powder. Aber ganz ehrlich, ist halt totaler Quatsch, wenn du nicht der Typ für Banana Powder bist. Und das bin ich nicht. Funktioniert Banana Powder für mich nicht. Es sieht einfach immer gelb aus und ich möchte nicht gelb aussehen, sondern ich möchte frisch und rosig aussehen. Das ist ansonsten auch kein gutes Puder gewesen, fand ich. Es war zwar im Verhältnis recht günstig. Ich brauche es nicht mehr. Also ich habe das, glaube ich, einmal benutzt. Und das ist auch, das ist verrückt. Also ihr dürft nicht vergessen, manche Puder haben verschiedene Grundlagen. Und nicht alle Grundlagen funktionieren mit allen Produkten, die ihr drunter gebt oder die ihr vielleicht drüber gebt. Es gibt Puder, die haben ein Flashback. Also, dass es dann so weiß unter den Augen ist. Oder diese HD Powder sind ganz dramatisch, finde ich. Banana Powder ist absolut nichts für mich. Deswegen darf das auf jeden Fall gerne weg. Das habe ich noch nicht probiert, glaube ich. Deswegen würde ich das, wartet mal, von Jaclyn Hill, probiere es jetzt gleich mal live mit euch aus. Ich nehme Microfiber Multi-Tool Mini. Oh, wow. Ich glaube, das bleibt. Das ist tatsächlich auch so einen leichten Touch an Pink. Und das mag ich im Moment sehr, 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 sehr gerne. Wenn etwas so ein bisschen pinky ist, das korrigiert dann nämlich den unteren Augenbereich. Wobei, wartet mal. Hat das Flashback? Das behalte ich nochmal. Das habe ich... Ja, okay. Es hat wirklich ein bisschen Kickback. Ich probiere es trotzdem nochmal ein bisschen für mich auszuprobieren, weil ich einfach diese Brightening Puder sehr, sehr gerne mag. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Puder in mein Gesicht bringen. Aber das ist ein Produkt von der Farbe her schon ganz in Ordnung. Deswegen darf das erstmal da bleiben. Was auch da bleiben darf, ist von Beauty Bakery. Dieses Flower Setting Powder. Ist ein sehr, 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 sehr gutes Puder. Ist auch auf Talgbasis. Ich finde Talgbasis ist für mich immer ein bisschen besser fürs Make-up, als ich glaube, es ist ein Mika gewesen, die mir nicht so ganz gut gefällt. Das ist aber ein sehr, sehr gutes Puder. Der ist halt ein bisschen teurer, aber mag ich ganz gerne. Was wegkommt, definitiv, ist das hier. Das ist von Rival Loves Me, das HD Setting Powder. Sobald HD drauf ist, funktioniert es für mich nicht. Vor allen Dingen nicht für das, was ich mache. Also in der Kamera sieht das Ganze immer super, super komisch aus, wenn du es bakest. Es hat einen richtigen Flashback, wenn du ein Foto machst. Und hier ist auch Talg, Mika und Boronitrit mit drin. Und diese Kombination funktioniert für mich tatsächlich einfach gar nicht. Genauso wie das hier, das Under Eye Powder. Das ist halt weiß. Also das ist aus einer Q10 Limited Edition gewesen von Rival de Loup. Diese ganz, ganz weißen Puder, ihr seht es sofort. Die haben ein Kickback. Also ich empfehle euch wirklich an Pudern, nehmt ein Puder, was nicht transparent ist oder was nicht translucent ist, weil meistens diese Produkte ein Flashback haben. Und ihr werdet es hier so ein bisschen jetzt sehen, wenn ich jetzt ein Foto machen würde mit einem Blitz, ich würde aussehen wie James Charles 2016. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte, dass mein Puder mir ein bisschen Farbe gibt, ein bisschen Deckkraft. Ich möchte, dass er den Concealer gut fixiert und so einen schönen Effekt gibt, dass das alles weich gezeichnet wird. Und das funktioniert halt mit diesen ganz, ganz hellen, finde ich zumindest nicht. Was hier bleibt, ne, das verlose ich euch, das habe ich irgendwo nochmal, ist das Rival de Loup Loose Blur Powder. Das ist mit diesen vier verschiedenen Farben. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe es aber noch irgendwo offen. Deswegen gebe ich euch das. Es kommt in eine Verlosung mit rein. Diese verschiedenen Farben korrigieren so ein bisschen. Also, wenn ihr euch das Farbrat vorstellt, die Komplementärfarbe von Rot ist Grün, von Lila ist Orange, ne. Und wenn ihr das mischt, dann gleicht sich das optisch so ein bisschen aus. Ein sehr, 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 sehr gutes Puder. Genauso wie das hier. Das ist das Flawless Baking Powder von Rival Loves Me. Das ist dasselbe, wie ich mit Rival Loves Me rausgebracht habe. Super Puder. Eines der besten Puder aus der Drogerie für mich, finde ich. Wirklich. Love it. Das war auch nix. Das hatte, äh, ja, oh, oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Ja, ja, ja. Das ist das Rival Loves Pure Setting Powder. Das ist mit 90% natürlichen Inhaltsstoffen. Mika, okay. Aber dann war hier Tapioca Stärke mit drin. Und Stärke ist etwas, was definitiv so ein Kickback macht und auch nicht schön auf der Haut aussieht, wenn man damit bakt. Oder ich benutze lieber gepresste Puder, um mein Make-up zu fixieren, wenn ich nicht bake. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat einfach so einen weißen Schleier bei mir verwendet. Übrigens, wenn ihr sehr, 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 sehr hell seid, dann könnt ihr sehr, sehr helle weiße Puder benutzen. Das funktioniert dann immer ganz gut. Aber sobald ihr wirklich ein bisschen Farbe im Gesicht habt, funktioniert es nicht. Was hier bleibt, das fand ich eigentlich immer ganz schön, ist von Dior hier. Dieses lila in der Puder. Ihr werdet es jetzt nicht sehen. Das ist ganz, 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 ganz fein gemahlen und hat so einen leichten Touch Lila mit drin. Funktioniert im gesamten Gesicht, finde ich, besser als im Unteraugenbereich, weil es auch hier wieder so ein bisschen Leben ins Gesicht zurückbringt. Also diese lila Färbungen bringen immer ein bisschen Farbe zurück und sehen sehr, sehr toll aus. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Puder und das ist auch schweinemäßig teuer gewesen. Was wegkommt jetzt vorbei? Eigentlich war das gut. Hier von Make-Up Coach, dieses Zauberpuder. Nee, das mache ich weg. Das Talg und wieder Stärke und Kaolin. Kaolin ist Tonerde und das ist für mich meistens ein bisschen zu trocken. Ansonsten ist es aber ein wirklich gutes Puder, wenn ihr sehr ölige Haut habt, könnt ihr etwas mit Kaolin benutzen. Jetzt wird spannend. Meine Obsession war wirklich krass und es war auch das beste Puder, was es gab. Diese Jeffree Star Loose Baking Powder. Das sind jetzt aber die mit Schimmer drin und die haben mir tatsächlich gar nicht gefallen. Ich habe hier einmal die Farbe Natural und einmal Fair. Die könnt ihr gerne haben. Ich benutze sie A nicht mehr und B, dieser Schimmer unter den Augen, das sah immer ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Also manchmal war es ganz nice, wenn man es nur so grob gesettet hat, das Gesicht. Das ist halt wie ein Highlighter-Puder irgendwie. Aber ich benutze sie vor der Kamera definitiv nicht mehr und brauche ich auch nicht mehr. Tschüss. Das ist auch furchtbar gewesen. Dieses One-Size-Ultimate-Setting-Powder von Patrick Star hieß er, glaube ich. Ne, das machte ich nicht. Das ist schweinemäßig teuer. Hier sind 6 Gramm drin gewesen. Das waren 30 Euro. Ne, da bin ich auch, da bin ich schon so beleidigt, wenn das dann nicht funktioniert, dass ich es einfach einfach weggeben möchte. Die bleiben tatsächlich, glaube ich, alle. Außer das hier von Action, von Max & More, macht wirklich mit die besten Puder, muss ich sagen. Das sind die Banana Blast. Das riecht nach Banane. Das habe ich noch in Pretty Peach. Das ist mein Liebstes tatsächlich. Und hier in Cherrylicious. Da ist extrem viel drin. 22 Gramm. Das ist wirklich eine Menge. Und die sind fantastisch gut. Also wirklich eines der besten Puder aus der Drogerie, meiner Meinung nach. Beziehungsweise aus dem Action. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Sehr, sehr gut. Würde ich auch definitiv weiter benutzen. Deswegen dürfen die da bleiben. Was auch wegkommt, die würde ich euch aber ganz gerne geben, sind die von Kylie. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe es einmal in 700 Birthday Loose gekauft. Das ist sehr, 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 sehr dunkel. Wobei, jetzt geht es gerade. Ich hatte, ah, okay. Ah, nee, das ist vielleicht bald ich das noch mal. Weil ich die eigentlich sehr, sehr gerne mochte. Das sind diese losen Puder von Kylie Cosmetics. Und ich habe mir das in 700 Birthday Loose gekauft. Das war halt für mich ein bisschen zu dunkel, wenn man das direkt auf den Concealer gegeben hat. Jetzt seht ihr aber, schaut mal. Ich habe das über ein anderes Puder gegeben und habe somit den Concealer schon gesettet gehabt. Und das sorgt jetzt einfach nur noch für diesen Brightening und Flawless-Effekt in der Farbe. Das ist halt der Vorteil, ne? Wenn ihr etwas mit Farbe habt, gebt ihr am Ende noch mal ein bisschen Farbe zurück ins Make-up. Und das sieht passender aus, als wenn es weiß ist oder gelb. Wie das Banana Puder. Das kommt weg. Das hat nämlich nicht funktioniert bei mir. Weil es einfach gelb ist. Das hier ist aber so ein bisschen, also es sieht sehr, sehr dunkel aus. Das Problem ist halt nur, hier seht ihr das, ne? Das ist halt sehr dunkel, wenn du das direkt auf den feuchten Concealer gibst. Dann verfärbt dir das ganze Make-up und du kannst dich wieder abschminken gehen. So wie ich es jetzt gemacht habe, oben drüber ist es eigentlich ziemlich nass. Ach, Kylie. Was leider wegkommt, ist das hier von KKW Beauty. Das ist, ja, das ist auch wieder irgendwas Natürliches. Ich glaube, da ist wieder Reisstärke mit drin gewesen oder so. Das hat das ganze Make-up so, also sehr, sehr reich gezeichnet, ne? Als Finishing-Powder im Gesicht super. Als Baking-Powder hat es meiner Meinung nach gar nicht funktioniert. Grauenhaft. Es ist ein Skin-Perfecting-Setting-Powder. Wenn es jemand haben will, sagt mir Bescheid. Das, ich bin gerade am Arbeiten an einem schönen, losen Puder für Giacomo. Aber es fällt mir halt super schwer, etwas zu finden, was für viele funktioniert, ne? Und das ist etwas, ihr seht es schon, wenn das so fein gemahlen ist, dass es so komisch hin- und herwackelt, dann ist es zu fein gemahlen und dann könnt ihr das nicht zum Baking benutzen. Das möchte ich, glaube ich, auch nicht. Dieses Pony-Effekt-Coverstay-Bake-and-Fix-Powder. Auch das ist sehr, sehr fein gemahlen. Ich, ja, wenn das so, hätte ich das? Wenn das zu fein gemahlen ist, dann rutscht das immer irgendwie so ein bisschen im Gesicht und dann mag ich das auch nicht mehr. Boah, es sieht hier aus wie... Das darf da bleiben. Das ist von Art Deco, eine Mineral Foundation. Würde ich niemals als Foundation selber benutzen, tatsächlich. Aber als, schaut mal, das ist auch so ein bisschen pigmentierter. Und das ist halt echt krass, ne? Du kannst das wirklich zu so einer Foundation aufbauen und hast eine echt krasse Deckkraft. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Puder gewesen. Das ist mit eines der besten aus dem High-End-Indie-Brand-Bereich. Kimchi Chic Puff Puff Pass Set & Bake Powder. Das ist halt von einer Drag Queen, ne? Und Drag Queens Make-up ist iconic. Geht immer, sieht immer mega aus. Man muss halt dieses Super-Coverage gerne mögen, ne? Das ist ja das... Ihr seht, mein Gott, ich sehe selber aus wie eine Drag Queen heute. Ähm, super, super gutes Puder. Aber warum schließen die denn nicht, diese Mist-Dinger? Sehr, sehr gutes Puder. Kann ich euch wirklich empfehlen. Auch furchtbar war, war dieses Jason Woo Powder. Das ist auch wieder auf Vitamin C und Rosehip Oil. Ja, das ist Quatsch gewesen. Also, das hatte auch irgendwie wieder so Reihstärke mit drin oder so. Hat nicht so schön mit den Concealern funktioniert, die ich gerne mag. Deswegen darf das auch gerne weg. Jetzt kommen wir zu den Pudern, die ich euch wirklich empfehlen kann. Das sind Puder, die sind wirklich, wirklich gut. Diese Huda Beauty Easy Bake Puder sind meiner Meinung nach mit die besten Puder, die es gibt auf dem Markt. Ähm, sehr, sehr viel Produkt ist mit drin. Wir haben hier 20 Gramm. Das hält eine ganze Weile. Die Farb-Range ist mega. Es hat kein Flashback. Es sieht immer sehr, sehr gut aus. Egal, ob du bakes oder settest. Fantastisch. Habe ich hier immer ein Pound Cake. Der Pound Cake ist so ein bisschen gelblicher. Und dann habe ich mir neulich erst dieses Cherry Blossom Cake gekauft. Und das ist das, was mir am besten gefällt tatsächlich. Also, das ist sehr pinky. Sieht aber auf der Haut nicht mehr ganz so pink aus. Auch hier große Empfehlung. Erst vielleicht mit einem transparenten Puder ganz leicht fixieren, dass der Concealer nicht mehr feucht ist. Und dann erst mit diesem farbigen rübergehen, um die Deckkraft zurückzugeben. Weil wenn ihr ein dunkles, eine feuchte Base habt, ihr seht es hier so ein bisschen, ne, dann wird das ganz schnell sticky. Und dann hält das nicht so gut. Deswegen gehe ich auch immer erst mit dem Microfiber Multi-Tool Mini ins Puder, arbeite mir das in die Hand ein. Und dann sette ich ganz, ganz leicht. Und dann nehme ich erst das Baking Puder, weil dann wird das Ganze ebenmäßig. Das habe ich mir selber gemacht. Das ist eigentlich, also das ist dasselbe wie das hier von Rivalazmi. Das ist noch aus der LE und ich habe mir da einen rosanen Lidschatten mit reingebröckelt. Und jetzt ist das rosa und habe mir einen Dupe gemacht zu dem Huda Beauty Puder. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier in der Ecke. Fantastisch. Hat so, so gut funktioniert, gerade weil es schon so ein gutes Puder war. Und das in rosa. I love it. Auch das hier, da kommen Erinnerungen hoch. Das Coty Airspun Lose Face Powder. Es riecht nach Chanel Nummer 5. Sehr, sehr, sehr intensiv. Also das Huda Beauty Puder ist nichts dagegen. Das riechst du auch noch vier Stunden später. Ich mag den Duft aber ganz gerne. Es ist ein fantastisches Puder. Es sieht wunderschön aus. Ich schaue noch mal hier. Ja, das ist aber deine Grenze. Teig und Calcium Silikat funktioniert in der Kombination tatsächlich ganz gut, weil hier ein bisschen Farbe mit drin ist. Auch das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Leider nicht im Laden, sondern ausschließlich online in Deutschland bei Amazon. Falls ihr mich schon eine Weile kennt, dann wisst ihr, das ist wirklich eins der besten Puder gewesen in den Anfangszeiten von mir. Ich habe es auch heute drauf gehabt. Ich habe ein Video damit gedreht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Das darf weg und das darf auch weg. Das sind beides dieselben. Das sind diese Fixing Powder von Art Deco. Die sind auch wieder so auf HD-Basis. Ich bake ja immer. Und hier ist wieder Kaolin mit drin. Das ist dann das Problem. Also Kaolin, wenn ihr eine ölige Haut habt, das ist so ein Make-up-Artist-Produkt, um nur ganz, ganz leicht eine Stelle von Öl zu entfernen. Das mache ich aber nicht. Also ihr müsst wirklich beim Puder schauen, was wollt ihr denn überhaupt machen? Wollt ihr bacon? Dann darf da kein Kaolin und kein Reis-Powder oder sowas mit drin sein. Das sieht crusty aus. Das sieht unschön aus. Sondern ihr braucht wirklich was auf Talg- oder Mika-Basis. Und dann müsst ihr halt schauen, was noch mit drin ist. Die sind gut für Make-up-Artists, um punktuell zu fixieren. Ansonsten nicht zum Baken. Ein Puder von TamTam Beauty ist auch eines meiner liebsten Puder aus der Drogerie gewesen. Ich würde mir wünschen, liebe Tara, du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass das rauskommt. Also es ist wirklich ein fantastisches Puder. Es funktioniert super gut. Und das war auch damals ein Game-Changer für die Drogerie. Es gab ja so noch nie viele große, lose Puder. Das ist auch das Translucent Powder. Mega. Auch das darf bleiben. Das ist das Love Set & Refresh. Unter den Augen schwierig, wenn du noch nicht gesettet hast. Im Alltag ist es aber ganz nice. Das ist halt auch wieder so eine nasse Konsistenz. Ihr erinnert euch an dieses Backup-Puder. Wenn du da reinfährst, deine Hand fühlt sich nass an und auch dein Pinsel fühlt sich nass an. Und das erfrischt so ein bisschen. Das korrigiert und gibt so ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Das ist ganz, ganz spannend. Wenn du wirklich trockene Haut hast, funktioniert das super, super, super gut. Siehst du? Das ist auf Wasserbasis. Also der erste Inhaltsstoff hier drin ist Wasserbasis. Und dann Silikon, Vinyl, Dimitikon, Cross-Polymer. Und das funktioniert zum Fixieren vom Make-up sehr, sehr gut. Unter den Augen zum Setten vom Concealer. Vielleicht nicht so. Aber zum Fixieren von Make-up, wenn du trockene Haut hast. Mega gut. Und dann ein Klassiker hier ist von Ellen Beatrix. Gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Habe ich auch, glaube ich, noch nie benutzt. Das behalte ich nochmal. Das habe ich, glaube ich, selber noch nicht benutzt. Ja, da ist sogar noch die Verschussklappe mit drauf. Schreibt mir mal, ob ihr das kennt von Ellen Beatrix und eine Erfahrung damit habt. Und dann war das tatsächlich auch meine Pudersammlung. Es war wirklich eine Menge an losen Puder. Ich meine, 20 Minuten nur über lose Puder zu reden, ist auch eine Leistung, muss man sagen. Mir hat es Spaß gemacht, einfach auch, um euch so ein bisschen zu erzählen, welche Puder sind gut, welche sind vielleicht nicht so gut. Und worauf müsstet ihr darauf achten, wenn ihr euch so ein Produkt kauft. Vielleicht mache ich nochmal so einen Guide. Ich arbeite generell gerade an ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, euch mein Wissen zusammengebündet zu packen. Also wenn ihr da Vorschläge oder Ideen habt, schreibt mir natürlich gerne auch, was ihr euch wünscht. Schreibt mir gerne bei Instagram, wenn euch ein Produkt hier gefallen hat, was euch interessiert. Und dann quatschen wir mal bei Instagram und dann schicke ich euch das eine oder andere Puder zu, was ich jetzt aussortiert habe. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Süßen. Ich bin ganz aufgeregt, der Umzug geht los. Vielen Dank, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Und auch die Videos schaut, wie dieses hier, die ich gut vordringen kann, um einfach den Algorithmus und euch so ein bisschen was anderes zu bieten. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal.